Oh, 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 oh! Aufnahme, aber da sie halt so gut war, dachte ich, bringe ich sie euch doch, dann habt ihr nochmal was zu sehen von der Open Beta und, ähm, ich könnte jetzt eigentlich auch mal ein kleines Fazit dazu ziehen, fällt mir eigentlich auf, ähm, von mir aus gesehen, morgen kommt schon vor Honor raus am 14, also wir haben hier jetzt den 13 bei mir, ähm, auf jeden Fall, was man so zu dem Spiel sagen kann, also es macht auf jeden Fall ordentlich Laune, ähm, man kommt auch irgendwie in andere Charaktere rein, also am besten hatte ich erst mit den Eroberer gespielt, also da hatte ich echt aufgeräumt wie sonst was, mittlerweile kann ich den gar nicht mehr so gut, sondern die, die ich jetzt hier spiele, die Friedenshüterin, mit der bin ich, äh, momentan deutlich am besten, werdet ihr auch in der Runde sehen, ähm, und auf jeden Fall sehr viel Teamspiel, also man braucht in Vorhundert wirklich sehr viel Teamspiel, ich hab das gemerkt, ich hab's öfters alleine gespielt, und öfters auch mit dem Prime zusammen, hoppala, und, ähm, 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 ja gut, und auch, ähm, zu dritt haben wir's auch das ein oder andere Mal gespielt, und es macht echt verdammt viel Laune, dass man da dann, äh, zusammenspielt, und ich spiel da gerade mit dem Typen auf der Leiter, ich find das so geil, dass man die Leute da runterschubsen kann, ähm, ja, auf jeden Fall, Teamspiel ist in diesem Spiel sehr gefragt, man muss auch echt taktisch ein bisschen agieren, ähm, macht auf jeden Fall richtig Laune, und, ja, wer natürlich noch auf Mittelalter steht, da macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Fun, ähm, ich bin eigentlich mehr so der Schusswaffentyp, aber es macht auf jeden Fall Spaß, ich bin gespannt, was alles noch so dazu kommt, und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier jetzt, und lasse euch mit dem Video alleine, viel Spaß, na, how's it going? Oh nein, nicht Rach! Wow! Exeggute! Einmal frei! Freil in die Lache! Ahaha, ist das geil, Alter! Ich bin hier auf der Leiter und kick immer ein Runter! Oh, der ist tot, Alter! Nein! Ich kann aber... Oh, da ist er tot! Ahaha, okay! Das muss keiner! Wie geil war das denn? Ich gehe auf die Leiter, er ist fast oben, auf die Leiter! Nein, ich bin gerade weggeraten! Nein! Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön! Da kommt noch einer! Ja, ich bin da! Nein, nein, nicht runterschubsen! Moment, da sind noch mehr, da sind noch mehr! Ey, der kommt! Ja, ja, ich seh's! Jeder weg! Ich, ich, ich... Oh, so! Oh, Exekution, Junge! Sehr schön, sehr schön! So will ich das sehen! Oh! Oh! Oh, oh! Hier unten, vor der Leiter! Oder Leiter! Warte, ich komme runter! Äh, Prime, was du meintest mit Blocken, ne? Das ist unterschiedlich, also meine zum Beispiel, äh, die Block nicht durchgehend, da musst du immer refreshen! Also die Block nur für eine bestimmte Zeit, in die Richtung, und dann hört sie wieder auf, das siehst du, ähm, an den Pfeilen, also du kannst ja nach oben, nach rechts, nach unten, äh, nach oben, rechts und links, und da wird dir... Ja, hab ich schon gesehen! Und, äh, der Bergen, der ist ja normalerweise weiß, und der lehrt sich dann! Ja! Wenn das bei dem so ist, aber ansonsten, äh, der durchgehen! Aua! Alles klar! Ich frage das, nur, ist nur kurz! Achtung, hier kommt einer Glubschie! Oh! 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 Komm hoch! Ich bin da! Ich bin durch! Da ist noch einer! Gut, Überraschungsmoment! Oh! Oh, Alter! Ich konnte mich nicht mehr bewegen! Oh, scheiße! Schaffst du das? Ne, ich bin tot! Ah, schade, die sind lowlife! Ah! Zona A verloren! Nö! Zona A bitte! Ja, ich bin schon mal weg! Nö, das schon mal ein! Zu, ich... ...hinde! Okay! Zona A eingenommen! Voll verschluckt! Und man kriegt's mit! Ich kann... Komm, noch einer! Äh, der hat wieder Atme! Ja, gegen drei, was soll er da machen? Ja, das schon mal! Zack! Die sind gerade zu viert auf den gegangen! Ja, wir sind zwei! Oh, gleich nicht mehr, Junge! Oh! 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 Ich stehe hier nicht gut! Ich werde die ganze Zeit von fucking Minion geschlagen, Alter! Scheiße, Ausdauer! Oh! 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 Nicht übernehmen! Zona A, her los! Jawohl! Aber da ist noch... Alter, noch mehr Execution! Wir haben hier gerade bei dem Smut! Ich habe gerade eine Exekution gemacht, also kann ich niemanden gehauen haben! Zona A! Ich habe eine Armebrust, Alter, ich habe eine Armebrust! Erstmal testen! Huh! Voll geil! Hier, guck mal, eine Flash! Schade, hat nicht funktioniert! Häkli, mal aufhören, mich zu schlagen! Ein Blutzerrückzug! Ja! Minions schlagen mich! Ich bin mit da! Ich bin mit da! Ich brauche einmal leben! Ich brauche mal kurz heilen! Na, bist du recht aus hier? Nee! Oh nein! Jetzt werde ich verfolgt! Also, Mitte sind auf jeden Fall zwei, warte! Ich bin mit da, Fokus! Sehr gut! Oha! Hier, noch einer! Moment mal! Okay! Aua! Oh, aus Dauer! Okay, ich kann mich also selbst slashen! Gut zu wissen! So, heal! Die Exekution war der Typ weg, das sah scheiße aus! So, jetzt denke ich bin C! Wo in der Mitte? Mit der ist Rage! Jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr! Okay, dann direkt C! Du darfst ja jetzt nicht mehr so viel sein! Ich nehme die anderen Leute! Wir haben einen A-Card reingenommen! Ah, scheint niemand da zu sein! A Punkt verloren! Okay, ich habe C auf jeden Fall! Mal heilen! Scheiße! Ich kann nicht bei Punkt C bleiben, weil alleine bin ich da tot! Ja, aber das ist blöd! Wow! Da ist schon jemand! Ah, nein! Nein! Abhauen, 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 abhauen! Oh, in der Mitte! Gletschen! Scheiße! Bin mit da! Ich nehme still A rein! Nein! Zone A eingenommen! Du kannst bohnen! Oh, 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 oh! Ich bin fast tot! Ich komme so schnell wie möglich! Du musst einmal heilen! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Okay, habe ich! Ah, gegen zwei komme ich nah an! Komm, komm, komm! Ja, es macht an! Gletsch übernehmen, bitte! Ich bin fast tot! Ich bin kein offensiver Kämpfer, Alter! Wo seid ihr? Ich habe hier gerade einen! Weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe, aber ey, was habe ich angemacht! Ich schwäch meine Gegner um mich rum! Sehr gut! Moment, ich werfe meine Flash! Wow! Ja, die hat mich vollgefickt! Echt, trifft ihr euch aus? Ja, egal, es wird nicht feiert! Oh, ja, stimmt, habe ich nicht dran gedacht! Oh, ja, stimmt, habe ich nicht dran gedacht! Jawohl! Einer noch! Oh, noch einer da! Ja, passt auf, dass der keinen wiederbelebt! Einer, hinter uns! Nein! Nein! Ich exekutiere ihn! Kann nicht mehr wiederbelebt werden! Ah! Nein! Hättest du noch jeden Fall tot? Wer belebt mich gerade wieder? Oder versucht es wenigstens? Ich hatte es kurz regiert! Oh, sehr gut! Alter, 18, 2, Junge! Oh, shit! Folge 15, 4! Ja!